Leute, hört uns zu! Da haben wir von der Sparkasse einen Auftrag bekommen, dass wir ein Video über das mobile Bezahlen drehen sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Niemals Meine Aussagen hier äußere Spenar-Seine Sie kriegen Geld dafür? Das ist gar keine schlechte Idee vor allem mit ganzer Bezahl.